Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute mal wieder aus meinem Büro, wie ihr vielleicht sehen könnt. Ganz seltener Anblick in letzter Zeit, ja weil ich einfach nicht so wirklich dazu komme hier zu sitzen. Ich habe jetzt eben ein paar E-Mails bearbeitet und bin jetzt fertig und jetzt belohne ich mich mit ein bisschen Online-Shopping. Und zwar gibt es ja bei Windel.de jetzt nämlich echt krasse Sommer-Deals. Vom 22. Juni bis 5. Juli könnt ihr wieder mega mega krass sparen. Ich habe euch das Ganze schon mal gezeigt zu Ostern. Da gab es nämlich auch so mega coole, also mega krasse Prozente auf ganz viele Produkte. Und dieses Mal gibt es das Ganze jetzt hier für den Sommer. Wirklich mega krass. Also richtig von 5% bis 25%, sogar mehr bei manchen Sachen. Also hier nochmal zum Sommer könnt ihr richtig sparen, falls ihr das möchtet. Ich werde ein bisschen was shoppen für die Kinder, habe ich mir gedacht. Ich werde wahrscheinlich auch was fürs Baby kaufen. Mal schauen, was ich so finde. Und ich habe mir gedacht, ich nehme euch mit und zeige euch, was ich mir jetzt bei Windel.de bestellen werde. Nicht vergessen, ihr könnt auch bei mir in der Infobox den Link zu Windel.de finden. Dort einfach draufklicken und dann könnt ihr ein bisschen stöbern. Ich drehe euch gleich hier um und zeige euch, was ich denn hier jetzt gleich so Schönes für unsere Kinder finde. Und fürs Baby, dann bin ich auch schon ganz gespannt, ob ich da was Schönes finde. Mal schauen. Also let's go. So meine Lieben, und jetzt sind wir hier auf der Webseite von Windeln.de, wie ihr sehen könnt. Und hier gibt es die Sommer-Sonne-Super-Deals. Und da werden wir gleich mal draufklicken und uns die ganzen Angebote anschauen. Hier seht ihr gleich am Anfang die Top-Aktion der Woche mit den minus 25% auf die Windeln. Und wenn wir runter scrollen, dann können wir dann die ganzen Sommer-Deals sehen, die jetzt aktuell noch bis zum 5. Juli gültig sind. Deswegen unbedingt vorbeischauen. Lohnt sich definitiv. Man kann hier gleich schon am Anfang sehen, dass es was gratis dazu gibt, wenn man sich so einen Fahrradanhänger kauft. Gibt es so einen Babysitz gratis dazu. Entweder von der Marke Hammarks oder von der Marke Cruiser. Also einfach mal reinklicken. Dann von der Marke Pinolino gibt es auch ganz, ganz viele Prozente. Hier in diesem Fall zum Beispiel von dieser Elefantenrutsche, die ist ganz, ganz süß mit minus 32%. Dann so Feuchttücher, diverse Baby- und Mama-Sachen auch mit minus 20%. Aber natürlich auch auf Spielsachen. Hier gibt es zum Beispiel minus 33% auf Babybohren und Zubehör. Dann ganz cool, minus 50% bei Petit Badou, Steiff, S. Oliver und Sanetta. Also hier auch mega, mega cool. Dann auf so Teppiche von der Marke Lorena-Kanal, minus 25%. Und auch wieder auf Windeln. Dann, wie ihr sehen könnt, so Matratzen, Bettwaren von der Marke Träumeland. Richtig cool. Dann auch so ein Kindersitz von Brittax-Römer. Also wie ihr sehen könnt, ist wirklich für jeden was dabei. Egal, ob es jetzt ein älteres Kind, ein Baby ist. Hier Schlafsäcke. Hier gibt es dann still BHs, Schwangerschafts-BHs für die Mamas. Da, glaube ich, werde ich auch auf jeden Fall mal reinschauen, weil das ist so ein Thema, das mich jetzt gerade aktuell interessiert. Und schaut mal voll cool, von Stocke gibt es das Newborn-Set um 88 Euro. Mega, mega cool. Babypflegeprodukte und so weiter. Nochmal hier so Kindermöbel oder ja, Spielsachen. Auf Playmobil gibt es sogar minus 40%. Mega. Also meine Lieben, wie ihr hier sehen könnt, ist eine Menge, Menge Produktauswahl mit echt krassen Rabatten. Minus 43% und so weiter. Also wirklich Sachen, die man gebrauchen kann, wenn man ein Baby hat oder wenn man ein Kleinkind zu Hause hat. Also oder man eventuell auch eins erwartet. Hier minus 40% auf Medela. Da werde ich auch auf jeden Fall mal reingucken. Ja und hier ganz zum Schluss, nur für kurze Zeit, die Storchenkracher mit minus 30% extra. Das heißt, hier gibt es noch mal ganz, ganz krasse Angebote. Querbeet durchgemischt, also hier ihr sehen könnt, so Gesichtsreinigungsbürsten für die Mama, auch Windeln und wieder Stoffwindeln und Kinderwegen und so weiter. Das ist sehr bunt durchgemischt mit, ja, wieder so Still-BHs, Laufgitter etc. Also ich könnte das Ganze jetzt aufzählen, aber ich würde sagen, ihr schaut einfach selber mal rein, weil hier gibt es halt echt krasse Angebote und ja, das lohnt sich auf jeden Fall, die mal anzuschauen. Und ja, falls ihr dann sehen wollt, was ich bestellte, also wie das Ganze dann ausschaut, dann schaut auf jeden Fall auf Instagram vorbei. Dort werde ich so ein kleines Haul dann drehen und ja, das war es jetzt mal hier von mir mit der Windeln-Bestellung. Und bitte schaut unbedingt auf der Webseite vorbei. Wie ihr seht, gibt es hier mega krasse Prozente. Also unten in der Infobox ist der Link www.windeln.de. Schaut euch die Sommerdeals an. Es ist wirklich für jeden was dabei. Kann ich euch wirklich garantieren. Jeder findet da was fürs Kind immer. Und die Prozente sind unschlagbar. Also schlagt unbedingt zu. Jetzt wollte ich gehen und schaue euch einmal an, was für Schuhe ich anhabe. Ich wollte jetzt beinahe mit den Hausschlappen losgehen. Oh Mann, es ist vorbei mit mir. Wo sind meine Schuhe? Diese Schuhe sind Outdoor-Schuhe. So meine Lieben, jetzt habe ich die richtigen Schuhe an, wie ich gesehen habe. Bin mit Papa unterwegs. Wir haben jetzt die Freundin von der Lara nach Hause gefahren, weil die Lara hat heute Besuch gehabt. Und die haben schön geplanscht und gespielt. Und deswegen habe ich dann halt nicht so wirklich mitgefilmt im Vormittag. Die haben einen ganz schönen Tag gehabt, den Pool genossen. Und deswegen haben wir sie jetzt nach Hause gebracht am Abend. Und jetzt bin ich hier mit Daddy. Wir sind nämlich nochmal kurz los, weil wir müssen uns umtauschen. Und zwar habe ich jetzt von Obe letztens dieses Chlordosierschwimmer gekauft. Aber das ist leider zu klein. Also ich kriege die Pastille oben nicht rein. Also das Loch ist zu klein. Ich muss mal umtauschen. Ein größeres. Aber man muss unten gehen, oder? Ja, unten auch mal. Ja. So. Oben. Unten kannst du nur drehen, Schatzi. Du musst es oben aufdrehen. Schau. Siegste? Da oben muss es rein. Und da steht maximal 20 Gramm. Und ich glaube, unsere haben 200 Gramm. Kinder genießen den Pool. So was fort. Und ich freue mich auch schon, wenn er ein bisschen aufgeheizt ist. Wir haben euch ja noch nicht gezeigt. Wir haben auch schon zwei Solarmacken. Die haben wir auch schon befestigt. Befestigt? Montiert hat er überhaupt die? Angeschlossen. Angeschlossen. Das zeige ich euch dann auch. Das ist ziemlich cool. Aber man merkt auch, wie das Wasser wärmer zurück... Ah, ein Thermometer holt in den Kopf. Das ist mir wieder hingefallen. Aber es dauert halt ein bisschen, bis der einmal jetzt voll gewärmt ist. Ja. Aber wir hatten Glück, weil es war heute wirklich schönes Wetter. Und die Sonne hat die Solarmacken richtig gut erhitzt. Mal schauen, morgen ist auch schönes Badewetter. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr über den Pool. Die Kinder planschen da die ganze Zeit drin und haben die Freude ihres Lebens. Weil auch aus Urlaub wird leider, glaube ich, nichts. Auch wenn wir gerne in den Urlaub fahren würden. Also ich würde total gerne in den Urlaub fahren. Wir werden den Garten so gestalten, dass wir zu Hause sind wie in Urlaub haben. Ich weiß nicht, wir haben überlegt, vielleicht ein kleines Wochenende zumindest mal die Füße ins Meer halten. Weil Meer ist halt schon was Schönes. Aber wir wissen es noch nicht. Weil irgendwie, wenn man jetzt so guckt, kommt überall schon die zweite Welle in Kroatien. Wir wollten vielleicht auch noch Kroatien schauen. Aber wenn man sich so die Nachrichten anschaut, ja, dann denkt man sich dann gleich mal lieber daheim. Vielleicht macht man in Österreich Urlaub mal schauen. Ja, deswegen haben wir den Pool und das ist auf jeden Fall schon mal was richtig cool ist. Fertig beim Baumarkt. Wir haben jetzt zum getauscht, haben wir ein größeres genommen. Da sollte das locker reinpassen. Vom Preis her war es genau gleich. Und dann haben wir noch einen Thermometer gekauft, damit die Mutti auch weiß, wie warm oder wie kalt das Wasser ist. Wenn es 40cm zeigt, dann geht die Mama auch gleich mit dem Zeh. Na gar nicht. Das stimmt doch gar nicht. Aber so 25cm oder so würde ich schon. Aber darunter wahrscheinlich nicht. Jetzt schauen wir nach Hause und hauen die Sachen in den Pool und dann zeigen wir euch den Pool noch. Und die Solarmatten und so zeige ich euch auch noch, weil das habe ich noch gar nicht gezeigt. So meine Lieben, jetzt seid ihr live dabei, ob das reinpasst. Aber ich denke mal schon. Aber du musst wieder das aufmachen. Wir haben mich diese Chlortabs... Ich hab's vielleicht nicht, bist du gemacht. Aha. Ja, das passt. Nein, 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 nein. Am Boden werfen wir nicht. Am Boden wollte ich sie nicht werfen. Die Hunde waren auf den Matten. Ich hab ja gesagt, die dürfen sie nicht rauf. Oh Mist, schaut mal. Das sind unsere Solarmatten. Aber die Hunde waren da drauf. Man sieht es an den Tatsen. Da darf nämlich niemand drauf gehen. Ja, voll blöd, ne? Weil die Hunde werden immer drauf gehen. Die Hunde sind da nicht kaputt. Du siehst, das ist nicht. Glaubst du, dass es kaputt ist jetzt? Nein, nein. Nicht. Das kommt jetzt da rein. Der Thermometer, Babi. Da ist halt jetzt viel Grünzeug drin von den Kindern. Da muss man aufhängen. Okay. Für Lüse habe ich heute das Pflanschbeckerl auch reingelassen. Aber wenn die Hunde da schön nicht reinschlabbern. Na, es schmeckt. Sowieso durstig. Nichts schmeckt besser als Wasser aus dem. Ist der jetzt schon kaputt? Haben die Hunde da mitgespielt? Ja, das hat Emily das ausgeholt. Okay. Und Baba? Na ja. 24 Grad hat schon. 24? Cool. Du müsstest dann baden, oder? Die Lara. Die Lara badet schon gerade. Ach so. Soll ich reinspringen? Wie reinspringen? Ja auch reinspringen. Da rein? Nein. Komm, wir schwimmen eine Runde. Echt? Ja, aber ich war da schon drinnen. Ist es warm jetzt? Nein. Du musst erstmal schwimmen und dann. Jetzt ist ja auch schon schattnig hier, ne? Michelle, das ist nicht ein Zwischenpool, wo du deine Füße reinigen kannst, sondern das ist Luisas Pflanschbecken. Aber ich mach mich da nass. So, Poolbetrieb für heute Ende. Ich habe jetzt die Plane drüber getan. Die Spielsachen sind da drunter. So Schwimmringe. Weil es ist voll praktisch. Und die Bumme wird natürlich auch ausgeschalten. Und ich finde das so cool. Ich sag's euch. Das Wasser hat 24 Grad schon. Und das ist heute überhaupt nicht lange gelaufen. Also die Matten haben wir eigentlich relativ spät erst angeschlossen. Und die sind noch gar nicht so lange im Betrieb gewesen. Haben aber trotzdem das Wasser ziemlich gut aufgeheizt. Ich glaube, wenn wir das dann morgen den ganzen Tag laufen haben. Ja, da freue ich mich schon drauf. Morgen kann ich auch baden gehen, Baba. Ja. Wir sind jetzt im Haus. Und der Baba hat den Bock auf eine Runde Fahrrad fahren. Deswegen ist er jetzt mit Fahrrad losgedürzt. Weil jetzt ist es so schön kühl. Fast am Abend. 19 Uhr ist es. Die Mädels haben jetzt gebared. Die Michelle und die Lara haben sie jetzt fertig angezogen. Und ich bestelle jetzt gerade Pizza für alle. Weil die ein bisschen faul sind zum Kochen. Jetzt bestelle ich gerade ein bisschen was. Und hoffe, dass der Baba rechtzeitig da ist wieder. Die Bestellung ist durch. Dauert 63 Minuten. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Das Essen. Also wir bestellen immer bei dieser Pizzeria. Und das ist einfach die beste in unserer Region. Weil die Pizza wirklich immer sehr lecker schmeckt. Und da kann man auch so Wunschpitzen zusammenstellen. Wir freuen uns. Der Baba ist hoffentlich auch schon wieder da in einer Stunde. Dann können wir dann genüsslich essen. Pizza? Die Lara hat schon zugeschlagen. Heißt die Lara Hunger? Sitzt du dort? Ich sitz dort, ja. Okay, dann ist das Papas. Der Papa hat ohne Käse. Der Baba ist voll cool. Die haben sich eine vegane Pizza überstellt. Ja, Papa? Oh, vielen Dank! Das ist Meis. Ich nehme immer mit Sardellen. Und Oliven. Ich liebe es. Hier ist es. Das ist Patrick. Das ist Patrick. Mit Grünzeug, auch ohne Käse, der Patrick. Und das ist anscheinend Meis. Das ist Meis. Das verstehe ich immer. Ja. Und die Lara und die Luisa, die essen zusammen. Die schaffen das eh nicht. Und heute sitze ich auf Papas Platz. Weil dort ist Zwiebeln. Und ich mag den Geruch von Zwiebeln. Wobei die Michelle sitzt auch neben mir. Schau mal wer betteln kommt. Schau mal wer betteln kommt. Ich bin schon hier ein Hund. Meine Pizza ist definitiv die beste. Mit Sardellen und Oliven und Käse. Und Salami. Was will die Luisa haben? Die Luisa ist von der Lara. Super. So ihr Lieben. Mit dem letzten bisschen Tageslicht. Was ich hier noch rein bekomme. Wenn ich mich jetzt vom Vlog verabschieden. Wir haben jetzt alle gut gegessen. Und jetzt gehen wir ein bisschen. Ja. Ich glaube ich lege mich jetzt gleich hin. Ich bin schon richtig müde. Ich habe die Pizza sehr gut vertragen. Ich vertrage in letzter Zeit witzigerweise nur. Keine Kartoffeln. Aber sonst. Solche Sachen kann ich gut essen. Ja. Wie es halt passt. Man muss sich halt irgendwie durchprobieren. Und was soll ich dazu sagen. Also ich habe ein paar komische Tage gehabt jetzt. Weil ich Kartoffeln gegessen habe und sie nicht vertragen habe. Aber jetzt geht es mir wieder besser. Und ja. Danke fürs Zuschauen. Ich würde mich jetzt gemütlich in mein Pyjama hauen. Und dann ins Bett legen. Und vielleicht schlafe ich auch gleich ein. Es ist 9 Uhr. Na gut. Bis dann. Wir sehen uns. Tschüss. Tschüss. Tschüss.